herz willkommen zu einer neuen folge von 15 teams und mit dabei ist wieder der million joshi hallo ich habe immer noch ein pfeil im frühstecken genau wir haben uns was für die kirche überlegt wir haben uns gerade in dem zwischenzeitpunkt wo wir die beiden folgen aufnehmen haben wir uns gerade überlegt wie wir das bauen könnten dazu sind wir zu einem entschluss gekommen wir machen den turm hier mit ziegelsteintreppen und das andere mit holz also ich demonstriere ich baue das jetzt einfach machen könnt ihr sehen ich finde das ganz nice er findet das ganz so ja finde ich das auch so machen weil das sieht der kontakt der kontrast sieht halt gut aus ich habe sogar das hat sich gerade genau ausgehen ausgereicht oder ja dann muss ich noch mal stein fahren hier in der in der stein kommen ist das doch weiss nicht ob du da was drauf genommen das ein bruchstein oder nicht aber braten hast du gesagt braten tut es nicht warum tut es nicht braten weil ich es blockiert habe hast du es blockiert ach da hast du einfach Leder reingemacht ich wollte das erstmal so sammeln deswegen sammeln? egal weil sonst haben wir immer Verluste mit dem bambus aber wie weit wirst du das denn sammeln? kannst du das jetzt Leder rausnehmen aber das Leder bitte in eine Truhe reinmachen also in die unterste Truhe wieder rein ok ja dann lass ich das mal braten der Junge hier ist angeschlagen muss ich reparieren ja natürlich vielleicht ok ok das geht eigentlich ganz ganz schnell ja das ist nicht ich hab ja keine Wurvenkarte mehr was ist das denn hier oh wir sind wieder alleine auf dem Server naja komm mal ein bisschen kann mal passieren oh in meinem Stimmel die ich hab ja richtig viel Gauf routinely hier sind noch mehr Leuchtebären 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 Noch mehr Leuchtebären? Oh, cool Wir haben richtig viele Dorfbewohner schon Baust du hier die Kartoffeln eigentlich ab? Kartoffeln? Ja Okay Dann ist das unser Dorfbewohner, der das macht Ich bin gerade überraschrocken Ich höre schon wieder dein Dings Ja, ich muss Verschweine töten Ich bin gerade überraschrocken Okay, das wollte ich jetzt zwar hier oben nicht Aber das sieht eigentlich schon hier oben ganz anders aus Okay, also das Das Turm Nach dem Turm Ach, ich habe es nicht weiter Nee, habe ich doch noch nicht Ich wollte das Okay, okay Ja, mir fällt gerade Ja, mir fällt Mir fällt gerade was auf Okay Ich muss, mir merkt gerade Ich muss sehr viel Probieren Okay, das ist Drei vielleicht Und ich hoffe, ich habe es nicht mehr Ich habe es nicht mehr Ich habe es nicht mehr wenn es euch gefallen hat lassen da 100 aktiviert die klopfen kein videos mehr zu verpassen oder bis zur nächsten folge und tschüss bis zum nächsten mal